Willkommen meine Lieben auf meinem Kanal, ich bin es, Eivins Jordan, mit dem besten Stuff zu Diablo 4. So, genug davon, wir wollen ein bisschen über Ausrüstung sprechen, wir wollen darüber sprechen, ob Diablo 4 eventuell zu schwer ist, denn es geht tiefer rein. Man muss sich entscheiden bei den Skillungen als Bleistift. Es gibt Dinge, die jetzt in der Demo nicht spielbar werden, die in der Beta spielbar werden. Wie zum Beispiel das Reittier, mit dem man sich fortbewegen kann. Und das ist eine ziemlich coole Sache, das wird ab Level 15 freigeschaltet und ihr solltet die Beta mindestens bis Level 20 spielen, um die Belohnung einzuhaben. Wer das nicht gesehen hat, kann das gerne auf meinem Kanal tun, da habe ich ein Beta-Video zu gemacht, da gibt es nämlich geile Belohnungen für, wenn man nur die Beta gespielt hat, also nur von der Beta. Kommen wir ein bisschen zu dem Ausrüstungsding und das skaliert so ein bisschen wie bei POE. Es ist nämlich so, dass jetzt geliebt wurde, dass der Cap von Ausrüstung, der Rüstungswert an sich so skaliert, dass zum Beispiel physische Schaden 50% auf Standard runtergenommen wird. Ich muss da ein bisschen ausholen, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht, denn es wird keine Qualstufen geben, wie man das kannte oder sowas. Wird jetzt auch nicht so Hölle-Altraum, sondern es gibt so Weltenstufen. Diese Weltenstufen muss man machen und dann wird das immer 10% stärker, als wenn, aber nicht nur einfach die Monster stärker, sondern eure Werte werden zurückgesetzt. Das kennt man vielleicht ein bisschen wie bei Kitava, denn wenn man Kitava getötet hat, das macht man zwei Mal, gibt es immer 30 Minus der Resistenzen. Und so verhält sich da auch einige kleine Mechaniken und nicht physische Schaden wird zum Beispiel dann zu 25% runtergerechnet und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind so Sachen, die mehr Tiefe bringen, die für den einen oder anderen vielleicht schwer sein werden. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Ausrüstung auch mehr denn je jetzt einen Aspekt hat, der nicht so ist wie bei D3. Weil ich habe viele bei meinem Gameplay gesehen, was übrigens sie für die Klicks bekommen hat. Vielen Dank dafür. Ist ja normal, da klickt dann jeder drauf. Aber dass es so ist, dass legendäre Gegenstände, weil es wird ja keine Set-Gegenstände geben, zumindest am Anfang, laut Blizzard. Vielleicht dann in der ersten Ziese. Ist aber nicht so, dass man sich jetzt einfach sein Set zusammenfasst und reingrindet, sondern legendäre Gegenstände haben einzigartige Eigenschaften, die dann wiederum für einige Attacken stehen und pushen und skalieren und skillen. Und es orientiert sich immer mehr an D2. Es hat wirklich viele, 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 viele D2-Möglichkeiten. Und auch im Skilltree, dazu machen wir ein separates Video, ist das so, dass wir dort sehen zum Beispiel, dass man sich entscheiden muss. Das heißt, wir können nicht alles gehen, wir haben dann bestimmte Punkte frei und dann müssen wir sagen, okay, wir machen da, wir pushen, wir modifizieren das und nicht einfach nur, wir machen unser Set an, wir setzen die Rune ein und klicken drauf. Auch das Zurücksetzen, wieder müssen wir alles zurücksetzen und so weiter. Das kennt man alles ein bisschen so von POE, von anderen Games und es wird Mechaniken geben wie in World of Warcraft. Da möchte ich aber noch nicht so ganz eingehen, denn Diablo 4 hat auch MMO-Elemente und orientiert sich da natürlich an ihren Bestsellern. Was auch noch ganz geil ist, bei diesen Ausrüstungsdingen, bevor man eine Weltenstufe verlässt, sollte man zum Händler gehen und da die Qualität aufleveln. Das auch, wenn das immer nur 1, 2, 3 Prozent sind, POE-Spieler kennen das, bei Leben zum Beispiel oder sowas, skaliert sich das immer mit. Und wir sind jetzt diesmal auch ein bisschen entfernt von diesem Diablo 3-Ding, das habe ich immer wieder jetzt auch als Hate-Kommentar, wenn man es als Hate-Kommentar sehen kann. Diablo 3 ist nach wie vor ein erfolgreiches Spiel. Ich selber bin auch nicht so der Fan von dieser Typ, sage ich ganz ehrlich, da bin ich eher bei POE. Ich mag es ein bisschen knackiger, ich mag es ein bisschen schwerer, rein-grin, ich mag es ein bisschen, ich finde, das sieht auch zu kindlich aus. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass World of Warcraft da so den Mega-Hype hat und sie gedacht haben, ey komm, wir machen Diablo auch so. Dafür gab es dann ja Part of Exiles, das sind die Entwickler von Diablo 2, die sich da zusammengetan haben. Und wenn das interessiert, kann man da gerne mal nachlesen und sich anschauen. Aber genug davon gequatscht, wir wollen ja auch gar nicht so tief reingehen. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr sagt. Okay, wo seht ihr das, wo geht die Reise hin? Ich hatte auch die Befürchtung, dass die Attacken wirklich sehr lahm teilweise aussehen. Und das stimmt auch, es ist natürlich viel langsamer. Aber später kann man da mehr Wucht reinbringen und ich habe da auch schon das ein oder andere Gameplay gesehen, wo das dann nochmal ein bisschen fetziger sein wird. Die Beta ist natürlich auch nochmal dafür da, einiges auszumerzen. Erwartet da jetzt aber keine Wunderschritte, denn es ist Fakt, dass da jetzt keine heftigen, krassen neuen Animationen reinkommen, sondern dass das Spiel da dann auch schon so zu 80% so erscheint, wie wir das jetzt da in der Beta spielen. Das ist dann so. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da das ein oder andere ein bisschen mitbringen. Es ist, finde ich, ganz cool, ein paar geile Sachen da so, die man auf jeden Fall über die man mal sprechen sollte. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, bleibt auf jeden Fall gerne dabei. Ich hoffe, der Ton war jetzt par excellence, ihr habt mir extra ein neues Mike-Dreams-Mailers. Und könnt ihr mir mal gerne schreiben, Verbesserungsvorschläge, Kritik, was auch immer. Oder ob ihr Sky-Fan einfach einen Drum-Aum lassen, würde ich mich auch so freuen. Ich bin es, Ionis John. Peace. Ich bin es, ich bin es, ich bin es, ich bin es.